Mein lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns die schlimmsten Fortnite-Hacker in der Geschichte von Fortnite, die aufgezeichnet wurden. Unter anderem viele Hacker auch in Season 8, obwohl ich das nicht mal glauben kann, dass so viele Hacker in Season 8 unterwegs sind. Sind tatsächlich sehr viele Hacker in Season 8 unterwegs. Und meine lieben Freunde, wenn ihr wollt, dass diese Woche einen Tag spielen wie Carmo LFR kommen soll, dann lasst jetzt einen Daumen nach oben, da ich arbeite schon am Video. Aber wenn ihr wollt, dass es diese Woche online kommt, dann lasst es mich wissen und abonniert den Kanal jetzt kostenlos, Leute. Wir sind kurz vor dem 500.000. Leute, da oben ist der Live-Abonnenten-Counter. Helft mir schnell die 500.000 Falls, man würde mich sehr freuen. Ich würde sagen, beginnen wir. Let's go. Ei, 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 ei. Tschüss mit P90. Da ist auch eher fassungslos, muss man natürlich auch sagen. Alter, mit Minigern, nein. Nein? Oh, shit. Oh, shit. Leute, ne? Im Replay, wer hat das gecheckt, dass der in der Runde gehackt hat? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie ausgerastet. Ach, er hat, er hat, er hat ihn geholt, oder wie? Krank. Ey, Leute, ich muss auch gestehen, ich hab mal gehackt, aber nicht in Fortnite, sondern als ich vor zehn Jahren in so einem Free-to-Play-Shooter namens Varrock, kennt wahrscheinlich keiner von euch, hab ich auch mal gehackt. Habt ihr mal gehackt, seid mal ehrlich, in nem Game? Schreibt's mal in die Kommentare, seid mal ehrlich, weil ich hab schon mal gehackt. Ganz früher, als ich so elf war. Oh mein Gott, was? Wer verliebt einfach Leben? Nein. Und er checkt's einfach nicht. Als es auch so was gibt. Hä? Was? Okay. Das ist... Den Clip kenne ich. Ich bin aber nicht sicher, ob er ein Hacker war. Ich glaube nicht. Ich glaube, er hat einfach nur Gutsame. Weil man sieht ja nicht seine Sicht. Ich glaube, er hat die einfach nur entehrt. Aber Dr. Lupo, ähm... Hol den jetzt. Tschüss, Alter. Hm. Weil, kann ich dich grad nicht einschätzen. War's ein Hacker? Ja, ne? Oder? Chat. War das ein Hacker? Mal gucken. Let's go weiter. Oh. Okay, mit der Pistole. Okay, mit der Pistole ist was anderes. Okay, ist auch sehr neu. Season 8 oder so. Weil, ist denn sein neues Studio. Ne, Season 7 ist das. Denkst du so, what the fuck? What? Die Ninja ist immer so salty. Ja, wieder dieser Hack. Leute, seid nicht schon mal. Keinem Hacker begegnet in der Lobby. Ich noch nie. Also nicht, dass ich viel wusste. Was? What just happened to me? What just happened to me? Oh. Lol. Das kann das nicht sein. Oh mein Gott. Er hat 48 Kills. Wenn der nicht gebannt wurde, dann weiß ich auch nicht. Er ist so richtig fassungsloser. Oh mein Gott. Durch die Wand. Er schießt einfach durch die... Einfach durch die Wand. Ey, woher kriegt man denn solche Hacks, Leute? Jetzt mal really. Guck ihn an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Immer auch bei Proplayern, ne? Ja, Karma. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der ist unsichtbar, ne? Oh, mein Gott. Oh, sch- Oh, sch- Oh, komm, Tiffy ihn holt. Kommt, Ehrenmann! Nein! Oh, schade. Ich bin ja so ein kleiner Tiffy-Fanboy, so ein bisschen. Muss ich schon sagen. Ich glaube, das muss sich auch geil anfühlen, wenn man ihn so erwischt, so im Replay, wenn man sich das nachguckt. Oh, mit MP jetzt. Ach, nach den Schaden! Ja, klar! Oh, mein Gott. Nein, in dem richtigen WM hier, oder was? In der Arena. He's on me. I can't, I can't. Oh! Oh, mein Gott! Nur halt 116! Ah, nee, ist ein Bug vom Replay, ne? Aber trotzdem, alles Headshots. Er hatte schon recht. Ich meine, ich hab's auch mal gemacht mit 11, in so einem No-Name-Spiel. Mein Gott. Es ist auch nicht cool so. Ich war halt ein Kind. Ich war 11. Hallo. Ich bin jetzt 23. Geboren. Im Mai. Äh, im März. Ich weiß nicht mal, weil ich Geburtstag hab. Höh! Was? Liquid. Eieiei. Oh mein Gott, guck mal, wie er sich bewegt! Oh mein Gott, wie... Das ist so morg, das ist so geil, weil das so lächerlich ist, so. Nein, ich find das aber, macht doch wie so sch... Ich find, Hacker, zugucken macht Spaß. Trotzdem, ich würd, find, was, also, keine Ahnung, jeder, also, keine Ahnung. Ich find's, das muss angucken, lustig, aber, ähm, ich find's richtig kacke, Alter. Richtig abfuck, fürs Game. Oh. Oh. There is a Cheater on the Game, goddammit. F*** this, f*** this. Let's see, let's see now. Look at this, look at this, look at this. Eieiei. Look at this! Tschüss, rast die aus, chill mal, Schwester, ganz ruhig hier. This is the definition of love life, alright, Chad? Eieiei. Ich bin aber gespannt, ob dein Herzschuss kommt. Look, 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 look! Warum... Wie sich freut, Alter? Er ist schon... Kannst du selber nicht hinein, ne, Kleine? Ist schon lustig. Look at him, just... Look at this. It's when he... Zum Gucken. Wait, hold on. Let's go... Look at this chat, please. What a loser! What a loser! Oh my god! Oh! Eieieiei. Eieieiei. Oh my god. Hört ihr die Headshots? Hört ihr die Headshots? Yeah. Yeah. Wie geil er das macht, so. I hack for fun XDR. Okay, Tiff you. Ich bin mal gespannt hier, was denn hier passiert. Hau rein. This guy's cheating, bro. Da hat er recht. Es ist unmöglich, dass er ihn... Oh my god. Ich hab nie einen Hacker erwischt. Ich will mal einmal von dem Hacker... Oh my god. Was? Oh my god. Hau rein. Hau rein. Oh my god. Also in der Arena, wo man Punkte farmt, einen Hacker zu erwischen, ist wohl das Schlimmste, glaube ich, was man haben kann. Ich schau mal vor, man ist in so einem Finale oder so. Oder man ist kurz vor Champion League, vor 300 Punkten und dann... Ich würde so ausrasten. Wie er sich freut, das ist so lustig. Nein, mit Pistole. Er sagt auch, gute Waffenauswahl, obwohl es die größte Botwaffe ist. Vor allem, er sagt so, während sich der Flieger so gedreht hat am Rücken. Headshot so. Ja, gute Arbeit zu sein auf denen, wo es eh ein Hack ist. Oh my god. Ja klar, Alter. Wisst ihr, ob es Fly-Hacks gibt in Fortnite? Also, dass man so rumfliegen kann? Oh my god. Das könnte aber, hätte auch normal passieren können. Das hätte auch Zufall sein können, aber mal sehen jetzt. Das hat 100 Punkten, aber man will keinen Bauen. Ja, okay, gut. Okay, gut. Da musst du schon Lotto-Glück haben, dass da so einfach random Headshots gibt. Mal sehen, wartet. Ich finde, das ist der einzige Clip hier in der Compilation, wo ich... Wo es... Okay, das war auf jeden Fall ein Hacker. Aber wo es sein kann, dass da vielleicht Glück war. Mal sehen. Ei, ei, ei. Oh my god. What? Er ist so lustig, ich liebe ihn. No fucking way, dude. There is no fucking way. Oh my god. No fucking way, dude. Holy, there is no... Ei, 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 ei. Ich fand es sehr lustig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Morgen gibt es dann entweder ein Tipps und Tricks Video oder es geht weiter mit meinem Account. Wie es da weiterläuft. Oder... Aber wenn das Video richtig viele Bewertungen kriegt, das Camo-Video. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.